Die Praxis ist geöffnet, nur keine Zeit verlieren. Lass mich untersuchen. Lass mich untersuchen. Hm, dein Herz schlägt aber unheimlich schnell. Aber nach dem, was du gerade erlebt hast, ist das normal. Mein Nilpferdherzchen springt mir auch schon fast aus der Brust. Du musst nur mal kuscheln. Danke, Lemmy. Deine Augen sind klar und leuchten, aber sie sind weit aufgerissen. Ja, Doc, ich hatte ja auch so große Angst. Ich weiß, jetzt ist alles wieder gut. Ich seh mir mal dein Fell an. Es ist ganz schmutzig und von deiner Besenreise aufgeraut. Aber sonst ist nichts. Keine Risse und kein Futterverlust. Oh, den fröhlichen Halloween-Fan, sei Dank. Ja, ich bin auch froh, dass es dir gut geht.